servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir starten in den montag in die neue woche mit zwei news vom wochenende kombiniert in einer zum einen gab es ein interview und es wurde die möglichkeit gesprochen oder besprochen von zusätzlichen warband character login screens das ganze haben wir uns zwar schon mal angehört beziehungsweise hatte ich das auch schon mal gehört in diesem wo b entwickler gespräche nämlich sein durfte aber nichtsdestotrotz gucken wir uns da noch mal an was gesagt wurde gleichzeitig hat blizzard angekündigt bestimmte charaktertransfers zukünftig aus dem spiel zu nehmen also in einem bezahlbaren dienst den gibt es dann nicht mehr und ich würde sagen wir starten einfach mal los wenn ihr nichts verpassen wollt in zukunft dann sehr gerne den kanal abonnieren und ich würde sagen wir legen einfach mal los an und für sich hatte ich das ja schon mal gesagt der login screen für die war bands ist erst mal so wie er ist aber blizzard hatte schon damals in diesem talk in dem ich war zum launch von the war within zur alpha gesagt dass sie überlegen mehr davon anzubieten und in einem interview wurden sean mccann und michael bibi ich glaube das waren sogar die zwei die mit in diesem call waren dem ich auch war gefragt wie das denn aussieht mit zukünftigen neuen login screens und sean mccann sagt das wäre richtig richtig cool aktuell zum launch haben sie den character screen komplett umgearbeitet damit das funktioniert und sie wollen erst mal auf basis dieses screens den ihr hier seht loslegen damit arbeiten und gucken wie das ja wie das so läuft und in der zukunft wenn sie sich mehr mit dem system vertraut gemacht haben zufrieden sind der wunsch der spieler da ist dann besteht auch die möglichkeit dass das ganze ein bisschen ausgewertet wird ich würde es mir sehr wünschen fände es sehr geil vor allem wenn man mal überlegt was man für möglichkeiten hätte ich sehe da zwar auch die option hinter dass blizzard das monetarisieren könnte sprich kauft im shop einen neuen login screen für eure warband charaktere aber ich bin ehrlich wenn meine vier lieblings jars irgendwie vor der eiskronen zitadelle sitzen würden oder am frost thron oder sonst was weiß ich nicht ich weiß ich hasse mich selber dafür dann aber ich würde eventuell ein 10er dafür springen lassen könnte ich mir vorstellen also die möglichkeiten sind ja ziemlich unendlich ne du kannst ikonische szenen aus world of warcraft nehmen schreibt da gerne mal in die kommentare was euch noch so einfällt aber wir sind wir mal gespannt ich würde es nicht ausschließen dann kommen wir zum thema nummer zwei den charttransfers blizzard hat angekündigt mit dem erscheinen des prepatches von the war within also bei uns ab dem 24 juli den paid character transfer pct heißt es hier zwischen verschiedenen battle net accounts zu unterbinden beziehungsweise einzustellen das heißt ihr könnt innerhalb eures accounts also eures battle net accounts immer noch auf einem account chars hin und her schieben ihr könnt auf einem battle net account chars zwischen mehreren wo w accounts hin und her schieben was aber nicht mehr geht ihr habt beispielsweise zwei battle net accounts wollt char 1 von account a auf account b rüber holen das geht dann nicht mehr wieso steht hier ehrlich gesagt nicht drin und falls ihr da noch irgendwelche token zu habt da wird drauf noch mal darauf hingewiesen solltet ihr die nutzen bevor der prepatch kommt ansonsten verfallen die und ihr werdet so wie es sich anhört auch nichts dafür zurückkriegen also die sind dann weg mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen bin mal gespannt ob wir dafür irgendwie noch eine begründung bekommen werden falls ihr eine idee habt auch damit gerne in die kommentare und damit danke ich euch fürs zusehen ich wünsche euch einen guten start in die woche habt ein tolles was auch immer küsschen aufs nüschen und reingehauen das geht dann